Horrorgames sind einfach perfekt für Easter Eggs. Du stolperst über eine komische Szene, einen Clip oder eine witzige Referenz und plötzlich ist die ganze Anspannung, die du empfunden hast, weg, weil du grinsen musst und die Atmosphäre sich durch das Easter Egg geändert hat. Bestes Beispiel hierfür ist natürlich die berüchtigte Tanzszene aus The Evil Within Consequence, wenn du hinter einem Automaten ein kleines Guckloch entdeckst, hindurchschaust und den schlimmsten Feind des DLCs im Raum nebenan tanzen siehst. Aber keine vorsichtigen Tanzschritte, sondern richtig am raven, auf ner Bühne und mit Groupies zum Anfeuern. Dieses Easter Egg hat Gamer weltweit geflasht und deswegen zählt es zu den bekanntesten der Reihe. Noch nie hat ein grauenhaftes, furchteinflößendes Monster so schnell seinen Schrecken verloren. Du musst mich schreien. Weiter geht es mit einem herrlichen Easter Egg aus Alice Madness Returns. Äh, haben wir herrlich gesagt? So meinen wir das nicht. Denn die Referenz zu Psychonauts ist etwas makaber. In diesem Tee-Party-Stuhl sitzt ein mumifizierter Raz. Wie ist der bitte in diese Welt geraten? Silent Hill 3 ist normalerweise ein düsteres und vor allem bedrückendes Horror-Game. Aber wenn du es schaffst, seine Geheimnisse aufzudecken, dann wird es plötzlich zu einem der albernsten Spiele, die es gibt. Wenn du zum Beispiel den Konami-Code eingibst, wenn du New Game Plus startest, dann verändert sich der Detektiv, der Heather im Spiel helfen soll. Seine Hosen sind verschwunden und er läuft nur noch in Unterhose rum. Das sieht besonders weird aus, weil er noch seinen Mantel drüber trägt. Und das lässt ihn ein bisschen wie einen Exhibitionisten aussehen. Doom Eternal hat einen witzigen Clip für alle Gamer vorbereitet, die bis nach dem Abspann durchgehalten haben. Dieser Dämon wird vom Doomguy beim Spielen erwischt. Und gerade hat der Spielzeug-Doomguy ordentlich einstecken müssen. Dafür muss der Dämon jetzt büßen. Im Abwasserkanal-Level von Dark Deception schwimmen riesige elektronische Quietscheentchen, die du ignorieren kannst, solange sie nur als Deko rumschwimmen. Doch an einer Stelle wachsen einigen von ihnen Beine und sie beginnen dich zu jagen. Später kommst du zu einem Aufzug und kannst noch tiefer in die Kanalisation abtauchen. Unten bietet sich dir dieser komische Anblick. Im Survival-Horror-Game-slash-Ego-Shooter Hunt Showdown passieren viele seltsame Dinge. Eine mysteriöse Krankheit hat alle Einwohner in Zombies und Monster verwandelt. Und der Spieler soll diesen Viechern als Kopfgeldjäger den Garaus machen. Das Spiel erinnert ganz klar an den guten alten wilden Westen. Aber warum zum Teufel hat dieser fette Fisch, den dieser Angler anscheinend schon vor einer Ewigkeit aus dem Wasser gezogen hat, einen Cowboy-Hut an? Der Fisch taucht später sogar nochmal auf. Aber dann schaukelt er friedlich auf einem Boot daher. Immer noch mit dem Hütchen auf seinem Schädel. In vielerlei Hinsicht ist Silent Hill 2 düsterer als das erste Spiel und befasst sich mit einigen wirklich schweren Themen. Doch das Ende könnte nicht lächerlicher und alberner sein. Wenn du es schaffst, den Hundeschlüssel zu bekommen, den man erst nach Abschluss der drei normalen Enden erhält und ihn an einer verschlossenen Tür im Hotel am Ende des Spiels benutzt, entdeckst du das schockierende Geheimnis von Silent Hill. Es handelt sich nicht um eine Geisterstadt, sondern nur um einen Hund, der in einem Zimmer sitzt und alles kontrolliert. Das ist die albernste Erklärung für ein Spiel, das von vielen als das beste psychologische Horrorspiel aller Zeiten angesehen wird. James kommt also rein, sieht den Hund einen Hebel betätigen und bricht dann vor Schreck und Überraschung zusammen. Der Shiba Inu kommt drüber und fängt an ihm das Gesicht abzulecken. Und das war die Erklärung für die Story. Auch der Abspann selbst ist witzig. Ein nerviges Lied begleitet ein Video, in dem Fotos der Hauptfiguren in komischen Situationen gezeigt werden. Es sollen sicher Outtakes sein. Das Hundeende aus Silent Hill 2 hat nicht ohne Grund Kultstatus erlangt. Bleiben wir kurz bei der Silent Hill Reihe. Denn dieses Ende ist zwar nicht ganz so herzergreifend, wie das Hundeende von Silent Hill 2, aber es ist genauso abstrus und überraschend. Dafür muss Heather mit dem Heather Beam, den ihr zuvor freigeschaltet habt, mindestens 333 Gegner getötet haben. Wenn sie dann in einem neuen Spiel ihr Apartment betritt, dann verändert sich der Look des Spiels komplett. Es sieht jetzt aus wie ein Manga und ihr Vater trinkt zusammen mit einem Alien ein Tässchen Tee. Ab hier wird es nur noch irrer. Eine UFO-Invasion fliegt nach Silent Hill, um die Stadt dem Erdboden gleich zu machen. Soll ich mal ein bisschen schlafen? Soll ich mal ein bisschen schlafen? Dann läuft der Abspann zusammen mit einem lustigen Lied, zu dem wir Karaoke singen sollen. Fast so bekloppt wie das Hundeende. Das alles waren witzige und amüsante kleine Geheimnisse und Easter Eggs. Aber nur mal so als Gegenentwurf zeigen wir euch jetzt das unserer Meinung nach schlimmste bzw. grauenvollste Easter Egg, was uns Horror-Games bisher so geliefert haben. Keine Sorge, es erwartet euch kein Jumpscare. Wenn ihr in Zombie Army 4 im Spiel bereits viele dieser gruseligen Puppen getroffen habt und dann mal den Controller für ein paar Minuten liegen lasst, weil ihr euch zum Beispiel in der Küche was zum Snacken holen wollt, dann könnt ihr euch beim Zurückkehren das hier erwarten. Aus dem Controller dringen ekelhafte geflüsterte Worte, die dir befehlen zurückzukommen und weiterzuspielen. Spiel mit mir. Wohin bist du gegangen? Komm zurück zum Spielen. Und widerliches Gelächter. Wenn du darauf nicht vorbereitet bist, kann es vorkommen, dass du die restliche Nacht kein Auge mehr zumachst. Das war's schon wieder für heute. Wenn ihr wollt, sehen wir uns am Freitag um 16 Uhr wieder, zum besten Start ins Wochenende. Bis dahin, passt auf euch auf, bleibt gesund und wir sehen uns! Bis zum nächsten Mal.